Ist er das? Ist er das? Aber wir haben RB1 gespawnt. Okay. Ich hab gekleckert. Was kommt denn hier los? Ja, müssen wir mit. Ja, unbedingt. Ich spinne wo. Was ist denn hier drin los? Hier ist ein Sketch gewesen. Können wir rein? Ja. Ja, komm rein. Warte, ich schließe auf. Öffne. Das ist schon nachgedehnt. Pflanze doch nur das. Die Kiste. Hier hinten die. Hier hinten die. Ja, da ist es. Wieso sind das so leise? Kommt mir auch so leise vor? Aber ich hab doch Kopfhörer auf. Heißt das, die Bequestion ich habe? Hm. Naja, aber ich hab noch eine Aufladung. 36, wir waren viermal, war man hier. Dieser Search-Griffel da oben. Den findest du nicht. Der ist schon überall reingeklotzt. Taschenlampe von euch? Ne. Ne. Dann kommt jemand nicht bewegen. Den euch direkt raus. Blei, was bewegst du dich denn am Dauern? Ich bin schon ruhig. Ne, bist du ja nicht. Ich hab's gehört. Das hören die doch auch. Ja, ich weiß, ja. Einer läuft auch schon um. Ne. Fuck. Ja, fucking Cunt. Ne, der Därend. Fail, Ne. Der hat's verkackt. Wirft mir auch Ne draus, wenn ihr habt. Hab ich? Woraus? Zum Fenster oder zur Tür? Ja, aus dem Fenster raus. Oh, jetzt hab ich keine mit, Alter. Ja, labert euch und was. Stuff Heidel. Ne, können wir doch nicht. Nein. Machen wir nicht. Komm, piek jetzt. Komm, piek. Sind das zwei? Ich weiß, wenn wir gleich pieken. Ja, zwei Stück. Einer ist rechts von der Tür aus, wenn man rausgeht. Einer ist links. Wir fucken uns alle. Selber. Der piekt jetzt gleich. Komm, du. Der wirst du das nur auf dem Boden. Was soll denn das? Ich hab keine Ahnung. Würde ich so den jonglieren lernen oder so. Mit seiner Schorflinze. Ist er links oder rechts? Der ist rechts von der Tür. Boah, die ist gut geflogen. Die ist gut geflogen. Ich bin doch jetzt tot. Nein, ich hab's überlebt. Boah. Alter. Der eine ist, glaube ich, Granaten suchen gegangen, ist jetzt wiedergekommen. Das sind sie machen. Und jetzt wieder beide außen. Das bringt auch nix. Ich hab zwei. Ich hab's auch. Warte auf den perfekten Schuss. Und den werde ich noch kriegen. Ja. Können uns nicht widerstehen. Die werden langsam übermütig. Jetzt muss er nachladen. Klipp einmal. Vielleicht für uns ist es. Einer hat, glaube ich, eine UMP und der andere hat eine Schrotwinte. Bin mir aber nicht sicher. Sure. Soll du was? Hol die Fahrt hier. Tür ist offen. Der kommt näher. Hit. Hit. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß auch die Schnauze. Ich weiß auch die Schnauze. Ich weiß auch die Schnauze. Ich muss tackern. Mhm. Schade, dass man keine Nade hat. Diesmal hab ich keine Nade mit anders. Das sieht man aus. Ich hab eine. Die geht jetzt auch raus. Ich habe eine Schnauze. Da ist er wieder Der Junge Der Junge boop Alles Knives only Ja, genau So machen wir das, ja, denke ich auch Eine gute Idee Hey, stay clear Stop Tür ist ab Ja, ich aim die Tür ab Ich würde das versuchen Der soll endlich aufhören mit der Scheiße, mit diesem Atmen, Mann Mh, das ist übel Ich hab volle Ausdauer Mh, das ist irgendeiner Pack Mh, mh, mh Bastard Disco Die haben Bock, die beiden Die haben richtig Lust Ja Aber ich hab auch Zeit Keine Hobbys haben die Ja Die haben Bock Wenn ich einen von den rausnehmen Und pushe ich den anderen 100% Weil, oder Oh, oder Ja, ja, genau Ja, ja, genau Wow Ich bin noch mal Und noch mal Ich bin noch mal Ich bin noch mal Ich bin noch mal Aufgemütlich und die tüge wieder zu Einer sitzt rechts, der andere ist weggelaufen Ja, der andere ist weggelaufen Ich denke, wir sind blöd Wenn er jetzt nochmal hierher kommt, dann habe ich ihn Dann laufe hier entlang, Mann Bitte Wir können ja keine Allschacht raus, zur Not Der hat auf jeden Fall Hit Was hast du? Der hat auf jeden Fall einen Hit wieder Okay Ich bin wieder Ich bin wieder Ich bin wieder Ich bin wieder Wir sind keine Bärs, aber da zieht doch Luft. Zur Not kommen wir ja keine Eichacht raus. Rucksack weg und ab. Wir haben Zeit. Ne, mit dem Stropfenster, vor dem habe ich ja meiste Angst, zeige ich euch gleich. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob er Flaschett drin hat oder irgendwas. Ja, der zersägt einen sofort. So sieht's aus. Zwei, drei Schuss und du liegst da. Und jetzt spiele ich ständig in die Karten. Ich hatte letztens 2 und es hat gereicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Do it! You fucking cocksucker! Lay down your weapons and give up! Right in front! Damn Ivins! That's more like it. Keep them coming. I'm hurt. You piece of shit! I'm hit! I'm hurt. I'm hurt. This is good. This is how you were trained to fight. You're pathetic! He's got the backpack up. He's got a bit in and out of it. Cover your ass! This is how you were trained to fight. You're pathetic! The other is a bit further away now. But still right now. He's got a bit further away now. Is this how you were trained to fight? You're pathetic! He's got a bit further away now. I need the fucking help! Let's see if he's got a bit further away now. If you don't have the shit, then I'm on the other side like a Berserker. Lay down your weapons! Give up! Piece of shit! He's got a bit further away now. You're pinned! From above! Jump shot! Damn Ruskies! He's got a bit more. He's got a bit further away now. He's got a bit further away now. Aber der andere Team ist gerade an der Tür. Wenn der jetzt einmal piekt, habe ich stehen. Okay. Ich guck die ganze Zeit dahin. Der ist genau rechts von der Tür. Der hat gerade einmal geguckt, aber da habe ich gepennt. Eine Sekunde. Machst du das Play? Ja, ja, ja. Sei mal ruhig jetzt. Okay. Sonst höre ich ihn nicht, wenn er movt. Oh, draußen kriegt er Hits, oder? Oh ja, der hat ihn gekriegt, ja. Geil. Jetzt muss er wieder reinmoven. Der springt hier links irgendwo auf irgendwas drauf und dann springt er von da immer rüber. Ich weiß nicht, was der da macht. Geil, wie in einem Western. Ja. Aha. Sein Kollege hatte ein bisschen Mut und ist schießen rüber gerannt. Der hat keine Schuss mehr. Ich sehe seine Waffe. Eine AK. Mhm. Hat er weggeworfen. Mhm. Da war bestimmt eine Skeffwaffe. Mhm. Die er ein bisschen gleich schießen wollte. Ja, der springt wieder rum. Ja. Aber, dass er sich nicht mehr. Das ist ja so. Ja, das ist ja so. Ja. Du hast ja so. Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. was macht er denn da kann ich durch stürmen schießen ich hab keine ahnung ich dachte das geht wohl zwei call of duty oder so einen hab ich tot ja tot 100% wie eine 1 soll ich mal raus gucken aber leider nicht stemmen nicht stemmen nicht stemmen das waren zwei stück noch ein hab ich einer ist noch hinter mir linke seite linke seite linke seite oh ich bin tot mist ump oder sowas gehabt wahrscheinlich ja ach mann ich bin zu dumm sorry ich musste da so aggressiv drehen gehen ich hab nicht das wäre nur der andere aber das waren drei stück der andere wusste gar nicht was abgegangen ist den einen hab ich auch direkt um das ich umgekommen bin gehetschottelt scheiße sorry jungs meine schuld nö ach warte ok so